ja hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge ist dass ich es raus bekomme ja wir haben das letzte mal hier eine kolonie gegründet somit haben wir ja hier natürlich auch könnt wir auch diverse sachen bauen die wir gerade bauen dann wird wir schön abbauen können ja bauen 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 das ist ganz wichtig leider haben wir hier nirgends einen planeten den wir bewohnen können noch nicht oder wenn hier irgendwo in der nähe noch ein planet wäre würde ich ihn besiedeln denn wir müssen unser reich unbedingt erweitern das wäre nicht schlecht wenn wir unser reich wirklich erweitern könnten 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 hier haben wir noch nicht viel info so wie sieht es hier aus hier sind wir mittel das heißt das system in orbit einfliegen so ja und des weiteren ja der hat das gebaut schauen wir mal so sehr gut danke hier und wir haben ja noch irgendwo was anderes genau nämlich hier dann brauchen wir mal eine bergbaustation so ja terraforming haben wir da noch nicht so und wir können eine neue forschung das braucht zwar lange aber ist besser so und jetzt kennen wir ja ein schiff designen die endenpreis klasse die wir natürlich gemeinsam wow ist wirklich toll okay die slot sind nur frei da würde ich aber die hin die ist sicher besser so machen wir auch mal automatisch wir haben zu wenig leistung ups wir haben zu wenig leistung okay so leistung hätten wir jetzt genug panzerung ist aber so gut 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 entenpreis klasse so und starten wir das spiel mal lassen wir es mal laufen so klick hier mal in den orbiter ein so das system erkunden genau das können wir erkunden vielleicht haben wir ja hier die möglichkeit einen planeten zu entdecken wäre nicht schlecht das wäre wirklich interessant wie sieht es auf der oberfläche aus okay der wächst noch ich bin schon gespannt ob er irgendetwas entdeckt so wie sieht es mit denen aus das ist es 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 okay jetzt haben wir lange forschungen das ist bald fertig ist ja auch was wir haben neue forschung nach wie dem wasser beschleuniger der geht schnell er geht schneller was ja warum wollt ihr alle hier weg bewohnbarkeit ist nur 60 prozent ok hat herr formen haben wir leider noch nicht ja das dauert wahrscheinlich noch ja Untertitelung des ZDF, 2020 Dann flieg hier in diesem Orbit, damit wir endlich sehen, was es hier gibt. Die wollen nicht mehr mit uns. 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 So, lassen wir das mal erforschen. Ja, okay, das gehen wir weg. So, so. 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 So, was hast du gefunden? Oh. Okay, unser Ressourcenspeicher ist mal wieder voll. So. 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 wir schauen sich mal die Zerstörer an, würde ich sagen. So. 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 Ja, ich bin auch nicht so gut ausgerüstet. Oh, hat nicht genügend Energie, ok. So, wo sind unsere Schlachtschiffe, unsere Zerstörer? So, die würde ich mal alle verbessern. Die schicken wir mal hierher. So, bauen wir ein paar Schiffe und wir haben wieder eine Vorschau. So, das ist gut. So, den Robben hat eine Verbesserung, wir mal. So, unser Schiff sollte ja auch schon fertig sein, unser Forschungsschiff. Oh, die breiten sich aber auch aus. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wo ist es? Da ist es. Hm. Okay, neue Kriege. Oh, den unterstützen wir auch nochmal. Okay, das wissen wir schon, das wissen wir auch schon. Oh nein, die bauen hier einen Außenposten. Jetzt muss jemand. Okay, das ist. so ja gut ich würde sagen wir beendigen die heutige Folge hiermit auch wieder und wir sehen uns das nächste Mal wenn es wieder heißt Let's Play Stellaris, bis dahin viel Spaß mit meinen anderen Videos auf meinem Channel ich hoffe ihr habt sie gesehen sind zwar schon ein bisschen alt aber machen wahrscheinlich immer noch trotzdem Spaß, bis dahin, ciao euer Jason, bye